Oh no Leute, wir müssen uns beeilen. Willkommen zurück. Ich würde sagen, legen wir sofort los. Der Finsterforst, das klingt ja schon genauso übel wie Team Übel. Wahnsinn. Ja genau, Raupis Freund ist in Gophar und wir müssen schneller sein als besagtes Team. Das kriegen wir sicherlich hin. Oh, wenn du ein wichtiges Abenteuer bestreitest, begleiten dich festgelegte Mitglieder. Sie sind mit einem Schlosssymbol markiert. Oh, okay. Ergibt Sinn, dass wir beide natürlich hier mitmüssen, aber sonst sind wir flexibel anscheinend. Oh, verdammt, ich wollte gar nicht aufbrechen mit Zickzacks. Oh nein, ich wollte eigentlich, dass ich Taubstisch schon mitnehmen, aber egal. Der Finsterforst. Da wären wir. Safcon hat sich in diesen Wald verlaufen. Gengasband, der hat bestimmt einen Vorsprung. Wir beeilen uns besser. Kein Thema. Finstere Wälder. Sind doch kein Problem. Verlorene Wälder vielleicht schon eher, aber das kommt immer drauf an. Wenn ich hier der Musik folge, folge ich auch guter Musik oder so. Oh, Mogelbaum macht erstmal gar nichts und steht rum. Oh, dann kommt erstmal ein Holzhammer, weißt du. Alles klar. Ja, richtig schön die Holzhammer-Methode ausgepackt hier. Geht mal gar nicht. Tja. Wenn man mit einem Holzhammer spielt, wird so Kleinholz verarbeitet. Ganz einfach. Auch ein schönes Gebiet, ne? Ich mag das irgendwie. Hat was. Was zum? Oh, ein Zweig. Ich dachte gerade, irgendwie ist der so ein getarnter Gegner oder so. So ein Mogelbaum, was einfach im Boden feststeckt. Hilfe. Wenn du ein Zweig schwingst, wird in diese Richtung eine mysteriöse Kraft abgefeuert. Okay. Zweige haben je nach Art verschiedene Effekte. Damit ihn ein Gegner aus der Ferne treffen kann, sind sie äußerst praktische Items. Alright. Quasi eine Art Zauberstab oder was? Nett. Aha. Was haben wir denn hier? Erst mal weg damit. Das arme Quiekel. Gott. Tja. Ja, ignorieren wir mal das Mogelbaum. Ich würde sagen... Ach, come on. Ach so, ja. Ist ja egal. Eigentlich ist das Allerthroskop echt praktisch. Wisst ihr, wie oft das schon getriggert hat? Fällt mir nur mal so auf. Das ist halt wirklich nützlich. Oh, ein kampfunfähiges Pokémon. Ist das ein Pfiff hierhin gewesen gerade eben, was ich da gesehen habe? Ist gerade gar nicht so richtig... ...gesehen, aber sehen wir mal. Vielleicht kommen wir ja weiter. Oh, du warst mal wieder ein bisschen schneller, Noah. Oh, come on. Nicht die Genauigkeit senken. Das ist ganz mies. Und an sich, ich meine, dieses Zickzacks, das wir dabei haben, ist halt ein reines Support-Zickzacks. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Es hat bisher nicht ordentlich was genutzt, also nicht schlecht. Wie oft willst du jetzt noch mit Feuersturmen verfehlen? Okay, alles klar. Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, es wird ja alles mit Balken dargestellt. Also, eine genaue Angabe, wie präzise das ist, haben wir leider nicht. Oh, beeilt euch. Das ist nicht gut. Oh, oh. Leute, helft mir hier mal. Das ist nicht der Gegnertyp, mit dem ich gut umgehen kann. Vor allem, wenn ein Feuersturm daneben gehen würde, mal wieder. Na komm. Weg damit, sehr schön. Ja, stimmt. Wir müssen natürlich aufpassen. Jetzt als Boden-Pokémon hier... Jetzt kommen die ersten Probleme. So ein bisschen mit Typen schon. Wird schon ein bisschen gruselig hier und da. Aber immerhin hat unser Bisa Samia dann zwei Typen Gift. Und da schläft erstmal Zickzacks ein. Großartig. Ähm. Ja, bitte, bitte helf ihm einfach, okay? Ich kann eh nichts machen da hinten. Wird ein bisschen schwierig. Kommt schon. Leute. Es ist nur ein Sonnflora. Ganz einfach. Ganz einfach. Na, kommt da hinten. Danke. Puh. Okay, und du wolltest einen Apfel haben. Pfiffchen, das starfe Hunger. Natürlich kriegst du den Apfel. Es soll Platz machen. So richtig fies. Ey, Pfiffchen, verzieh dich. Mir egal, ob du gleich an Hunger stirbst. Ah, es will mitkommen. Cool. Schutzrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen. Steigen dabei jedes Mal seine Verteidigung und seine Spezialverteidigung. Auch wieder nur eine Runde. Genau, nichts weg hier. Eine Ebene weiter. Haben eh schon einiges an Zeit verbraten. Vor allem jetzt habe ich auch noch einen Apfel verschwendet. Und mein Magen wird langsam leer. Hoffentlich kriegen wir keine größeren Schwierigkeiten hier unten. Na, Knochenkeule. Mein Signature Move. Nichts da. Tja. Oh, cool. Muggelbaum wird auch mit. Ja, komm mit. Klar. Feilschen hat es dabei. Okay, was ist das denn schon wieder für eine Fähigkeit? Senkt die Preise von Items, die in Läden innerhalb von Dungeons angeboten werden. Cool. Okay, leider können wir es allerdings noch nicht mitnehmen. Ein bisschen schade. Aber gut, irgendwann vielleicht. Oh mein Gott. Das schreit nach einem Itemladen da drüben schon. Da kriegt man mal dieses Muggelbaum und prompt könnte man vielleicht das falsche Talent auch einsetzen. Jo, das ist mal ein großer Raum. Wir kommen und hereinspaziert. Eigentlich ganz schön gruselig. Ich meine, in diesen Dungeons einfach sich Läden einrichten. Vor allem das Urplätze, einfach diesen ganzen riesen Teppich ausgebreitet. Ich weiß, die sind ein bisschen ineffizient. Und da wird man ständig angegriffen. Aber anscheinend ist der Cackleon einfach völlig OP. Deswegen ist das egal. Es ist einfach... Es schlägt einfach alles. Sowieso die Frage, wie stark sie Cackleon hier im Remake gemacht haben. Na, da oben. Ist das. Wir ignorieren es mal lieber. Auf jeden Fall, achte es nicht auf seine Gäste. Und stört sich nicht daran, wenn man sich hier gegenseitig angreift. Offene Konfrontation. Vielleicht zahlt man da extra dafür, ne? Damit... Da stehen an den Seiten so ein paar Kunden. Wir sind nur für das Spektakel da, weil das geht in anderen Läden ja gar nicht. Da kloppen sich so ein paar Leute mitten im Laden. Ist ein cooles Event, ne? Ist schon eine Sehenswürdigkeit, sowas. Oh, oh. Haben wir noch einen Apfel? Aktuell im Inventar. Wir haben zwei. Okay, alles klar. Gut. Dann sollten wir noch eine Weile auskommen. Ja, man kriegt immer ein 50. Das ist schon ganz ordentlich. Wenn wir schon dabei sind, ihr achtet ja auch schon drauf. Genau. Machen wir das doch auch. Äh, Tick-Zacks. Hallo? Okay. Tick-Zacks ist einfach ein bisschen auf den Kopf gefallen. Macht nichts. Passiert. Oh. Da bin ich doch glatt verwechselt mit unserem Mogelbaum. Erfolgreich durchgemogelt, würde ich sagen. Aber nur für eine Runde. Ich merke gerade, dass Schlaffuder eigentlich echt nützlich ist auch in dem Spiel. Einfach, weil es rundum wirkt. Äh, noch ein Mogelbaum. Ja, komm mit. Klar. Entschärfen. Hey, wirkt das gegen Fallen? Das klingt doch direkt mal so. Tritt ein Teammitglied auf eine Falle, wird diese dabei gelegentlich unschädlich gemacht. Okay, das ist wirklich cool. Ja, die kommen dann zwar nicht mit, aber sie helfen uns hier drin. Auch nicht schlecht. Und schon wieder so eine komische Schlaffalle, die bei mir glücklicherweise nicht wirkt. Also wirklich dieses Item. Ähm, Alertoskop. Super nützlich am Anfang. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte mach einfach schnell. Äh, das ging in der Tat schnell. Mach einfach schnell. Bäm. Unkraut verbrennen. Jawohl. Findet Tragosso auf einmal gut. Hat so ein bisschen Hass entwickelt. Mit der Zeit anscheinend. Kann er gleich mit zu Team Übel. Boah. Könnt ihr nicht bitte einfach weggehen? Warum ist hier alles voll mit Mokelbaum? Mokelbaum. Ja. Neck mit dir. Das war klar. Oh. Ich bezweifle, dass wir noch viele... Hat sie aber generell. Es mangelt halt immer noch an Arealen. Das ist echt ein Problem momentan. Und da lässt schon wieder unser Magen nach. Das ist auch nicht so toll. Hau einen Feuersturm drauf. Mach's fertig. Da hat wohl jemand Statsenkungen irgendwo bekommen. Wie auch immer das passiert ist. Ich war's nicht. Oder so. Weiter geht's. Oh, und wir haben schon wieder die... AP-Null-Anzeige. Hä? Was ist das denn? Das kann ich gerade überhaupt nicht erkennen. Muss wohl irgendwie den Kopf nach unten senken. Jetzt bin ich sehr neugierig. Allerdings, äh... Mit Äpfeln können wir wohl kaum dienen. Bin ich so aufopferungsfrei, dass ich das wirklich mache? Ich... Wir haben zwei Äpfel, oder? Oh Gott. Oh, äh... Sonnenflora. Ja, okay. Von mir aus. So allmählich wird's ein bisschen sehr voll, aber... Alles klar. Oh, oh, oh. Mist, oh Mist, oh Mist. Wir müssen ganz schnell handeln. Ne, ich hatte tatsächlich nur noch einen. Stimmt. Okay, ja. Dann, äh... Lassen wir's mal lieber. Dann sollte man's eher auf die Suche begeben. Oder möglichst schnell sein. Eins von beiden. Super effektiver Move, ich seh schon. Du hast es raus. Vor allem, dein Kollege hat einfach mal einen Mega-Sauger drin. Und du greifst mit Absorber an. Habt ihr nicht das Gleiche? Ihr kommt aus dem selben Dungeon. Das kann doch nicht wahr sein. Danke. Alright. Okay, jetzt schauen wir, dass wir irgendwie zügig vorwärts kommen. Sonst wird das noch sehr unschön. Oh Gott. Habt ihr ausgesaugt? Das gibt's doch nicht. Oh, wunderbar. Oh, ne Frage, ja, Bäre. Aber... Dieser Raum gefällt mir nicht. Vor allem... Ist jetzt richtig schön drumrum. Und unser Magen wird dabei leerer und leerer. Au, Backe. Langsam wird die Situation ein bisschen heikel dadurch. Jetzt schnell handeln. Komm schon. Wo ist die Treppe? Hast gefühlt, ich umgehe sie komplett, oder? Oh, Mist. Und schon wieder auf 20. Irgendwas greift uns da drüben an. Kümmert euch einfach drum. Ihr schafft das. Ich vertraue euch. Oh Gott. Von Flora. Mugebaum ist egal. Da kann eins untergehen. Wir haben zwei. So ist das mit der Einzigartigkeit, ne? Wenn's den selben Charakter zweimal gibt. Egal. Darf sterben. Passiert. Ersatz ist am Start. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh mein Gott. Wir sind echt am Limit. Das ist ziemlich uncool. Kann man da auch so ein bisschen was rausholen? Geht das? Zwei Punkte. Wow. Das ist, äh, gut. Okay. Können wir vielleicht die Teamfolge ändern? Geht das irgendwie? Geht das? Lass mal sehen. Äh. Oh, oh. Oh, oh. Gibt's eigentlich keine Möglichkeiten? Lass mal sehen. Es gibt noch Taktiken. Umsiehen. Sieht schlecht aus, oder? Wir sind ein Team. Ja, toll. Folgt dem Anführer. Oh nein. Ernsthaft? Kann man nicht das Team umstellen? Das ist unfassbar. Schlecht. Generell hätte mal sein können, dass ein Menüpunkt irgendwie anders benannt wäre. Oh, wow. Warum zum Geier ist das unter Sonstiges? Das erscheint mir wichtiger als mal nicht anderes. Angenommene Aufträge zum Beispiel brauche ich nicht in diesem Menü. Das kann gerne auf Sonstiges gehen. Dann doch eher das Team wechseln, bitte. Oder halt Team wechseln gleich in Team Info integrieren, dass man beides zusammen hat. Okay, alles klar. Ja, gut. Das ist dann kein Problem. Müssen wir halt mal kurz Bisasam spielen. Oh, ein voller Magen. Tut mir leid, wir können dir nicht helfen. Ein Teddy Hursa war es okay. Aber du hast keinen. Was willst du tun? Manchmal ist die Realität einfach grausam. Es tut mir schrecklich leid. An dem Punkt ist das Spiel nicht mehr ganz kinderfreundlich. Teddy Hursa wird zurückgelassen und verhungert in einem finsteren Wald. Willst du wirklich weitergehen, um dir zu helfen? Spiel. Warum? Nein. Oh, diese Entscheidungen, Leute. Ich kann es kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Sensationell. Sensationell. Wow. Können sich manche Arpitizien nur Scheiben abschneiden? Ich sehe schon. Grausame Realität. Ein äußerst gesellschaftskritisches Spiel noch dazu. Ich sehe schon. Verblüffend. Absolut verblüffend. Meine Moral am Ende. Nun bin ich ein Monster, das Teddy Hursa zurückgelassen hat. Ab jetzt ist es die Genozid-Route, Leute. Grausam. Aber man kann nichts dran ändern. Immer weiter und weiter. Aber wir decken uns bald mal mit Äpfeln ein, würde ich sagen. Oh, wow. Super Arbeit. Da ganz alleine geregelt. Finde ich super. Mal sehen, ob wir schneller sind als das grausame Team Übel. Wie es einfach hier pennt, dieses Bubbel-Zwarfs. Meine Güte, ich muss gerade echt nachgucken. In der Textbox. Zum Geier. Egal. Passiert. Ist aber auch schon schlimm. Jetzt, wenn man wirklich bei so vielen Pokémon ist. Noch mit 8 Genz und so. Ist schon heftig. Wenn das in Zukunft noch mehr wird. Echt verrückt. Ich würde sagen, bei mir persönlich bis... Ja, bis... Ja, Gen 1 ist auf jeden Fall auswendig komplett drin. Gen 2 gibt es manche Schwierigkeiten mit Namen, würde ich sagen. Gen 3 ist wiederum voll drin, weil ich damit unglaublich viel Nostalgie verbinde. Okay, gerade eben ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Aber egal. Gen 4 ist eigentlich auch noch ganz gut. Ab Gen 5 schwankt es dann ein bisschen mehr, was das betrifft. So Namens... Sich die ganzen Namen einprägen, ne? Weil ich auch sagen muss, ich... Ja... Gerade mit den Ultra-Editionen später dann... Ach, dass du so ein bisschen... Das Dasein als... Pokémon-Fan... Dahingehend eingeschränkt worden irgendwie. Hier. Dass man doch nicht mal ganz so sehr... Der krasse Fan ist. Ich weiß auch nicht. Schwierig. Geht aber viel und so. Krieg ich nur immer... Ziemlich mit. Und ich meine... Ja, Gen 8 wird ja zurecht kritisiert. Natürlich so ein Spiel, was durchaus seine Stärken auch hat. Ich schon mal meinte, ich... An sich... Hat da viel Spaß durchaus dran. Aber es hat halt schon sehr eindeutig geflossen. Muss man halt auch drüber reden, ne? Das ist ganz klar. Oh. Aber es macht uns glücklicherweise gerade nichts. Übe. Ach so. Keinen. Äh. Sorry. Muss das wirklich die ganze Zeit abgefragt werden? Oder... Wenn das wirklich einfach so random kommt... Ich würde bitte, dass das nur einmal angezeigt wird. Aber ja, wie auch immer. Ja, ich persönlich tatsächlich hoffe aktuell sehr auf Gen 4 Remax. Wie so viele eigentlich. Ja, so ein sehr verbreiteter Wunsch. Aber... Ich finde den auch voll und ganz verständlich. Mir geht's halt aus. Ich denke, Gen 4 hat vor allem auch tatsächlich ganz guten Verbesserungsspielraum durchaus. Aber... In dem Sinne... Ich finde Gen 4 fast perfekt. Was mich an Gen 4 stört, ist der TM... Äh, der VM-Zwang. Oh mein Gott. Dieser riesige Apfel. Wow. Unglaublich. Wir können bald wieder weitermachen, Leute. Sehr schön. Aber ja, Gen 4... Der VM-Zwang ist eigentlich tatsächlich das Einzige, glaube ich, was mich persönlich daran gestört hat. Mit Gen 4 hatte ich damals so unfassbar viel Spaß. Ich kann mich noch gut zurück erinnern. Weil Gen 4 ist das erste Spiel, was ich mir damals importiert habe. Sogar extra. Und damit warst du damals echt der King. Weil das war ja noch eine Zeit, wo die Releases da nicht zeitgleich waren. Und Gen 4 dann vor allen anderen zu spielen quasi. So in Deutschland war es auch... Gen 4 ist auch ewig her. Aber der erste war relativ frisch. Wann waren das nochmal? Aber auch wieder im Winter rum, ne? November. Dezember. Irgendwie so. Wie es ja meistens ist. Wechsle ich jetzt wieder auf Knogger. Nehmen wir ruhig mal Bisas. Dann ist ja auch ganz nett. Aber ja. Gen 4 verbinde ich schon auch einiges. Aber witzigerweise... War bei mir persönlich Smaragd das erste Spiel, was ich mir von eigenem Geld gekauft habe. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Spiel für mich. Und Gen 3 ist für mich nochmal... Diesbezüglich wirklich ganz außergewöhnlich. Also... Ist auch wirklich glaube ich, dass... Die Pokémon Edition, mit der ich am meisten verbinde... Smaragd... Hat so einen ganz persönlichen Wert für mich. Das ist auch so ein Stück Freiheit dadurch quasi, ne? Bei mir war es immer so... Da ist sowieso Spiele da, Mann. Über einen Bruder. Und in der Familie, wenn man auch das durchaus respektiert hat. Und auch mal Spiele gekauft hat. So als Geschenk oder so. Und deswegen... Ja, das hat durchaus eine Weile gedauert. Bis man sich dann tatsächlich selbst mal was kaufen wollte überhaupt. Bis man den Wunsch hatte. Aber es war schon ganz cool. Und generell Pokémon, ne? Für viele von uns ist das sicherlich was, was uns unser Leben lang begleitet hat. Oder zumindest eine sehr große Zeitspanne. In Gen 1 kann ich mich auch noch so gut damals erinnern. Gegen guten alten Gameboy-Zeiten, ne? Oder hat nachts irgendwas heimlich trainiert? Wenn man ja den nächsten Kampf gewonnen hat. Gegen andere am nächsten Tag. Das sind die passenden Ziele, um lange aufzubleiben. Ich sag's euch. Egal. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safcon weiter vorne finden. Stopp! Ach Gott, ihr Idioten wieder. Dreimal dürft ihr raten, wer Safcon zuerst findet, wie ihr natürlich. Ja, ich bin untröstlich. Aber für euch ist die Endstation. Wie was? Hey Gengar, wieso suchst du immer Streit mit uns? Oh, hast du das etwa schon vergessen? Wir wollen doch die Welt erschaffen. Raubis Mama wird uns reich belohnen. Und Raubi wird dem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Ja, und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir ja echt leid. Aber hier endet euer Abenteuer. Auf nimmer Wiedersehen. Epischer Übergang. Und diese Armade einfach, Leute. Wir leben gerade den Pokémon-Krieg. Den internen Pokémon-Krieg, ja? Nicht den menschengemachten. Schaut euch das an, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar, Leute. Alles klar. Ihr seid ein bisschen an der Unterzahl. Aber, man sollte wissen, man verlässt sich nicht allein auf seine Zahlen. Was war der Tunnelzweig? Bringt die Wand in Blickrichtung zum Einsturz, okay? Alles klar. Wir schlafen mal. Wir schläfern, Rettan, erstmal einen hier. Und nun, oh mein Gott. Nun werdet ihr richtig vernichtet. Aber lasst mal sehen. Ich könnte euch theoretisch auch einschläfern. Das Problem ist echt der Zweittyp-Gift gerade. Das heißt, ich persönlich kann tatsächlich gar nicht so viel machen. Anscheinend wurden all unsere Mägen regeneriert. Dann könnte ich auch mal kurz den Anführer wechseln eigentlich, oder? Dann machen wir mal mit unserem schönen Multitalent weiter hier. Oder hast du Schwebe drin? Okay, nee, hat er nicht. Alles klar. War mir gerade nicht ganz sicher. So. Ihr wartet so leid. Aber das ist dann natürlich besonders gut. Ich dachte echt, der hat das Schwebe. Weil so erwischen wir auf jeden Fall über Gift. Das ist dann total easy. Und da steht auch schon Pfiffchen mit Unlicht. Wobei das natürlich bei Geist Gift erstmal egal ist. Aber ja, Meditales kannst du damit angreifen. Oh Gott. Ja, danke Pfiffchen. Ah, Pfiffchen hilft mir. Ich helfe anderen nicht, weißt du. Aber Pfiffchen ist zur Stelle. Okay. Gut, alles klar. Oh, du bist so geliefert. Ihr seid alle so geliefert. Oh mein Gott, ey. Das ist eine Vernichtung einfach. Holy. Ich komme gar nicht mehr zum Zug, weil wir so viele Leute haben. Oh mein Gott. Auf dieser Seite soll ich jetzt einfach Status-Effekt ausspammen. Finde ich auch gut. Richtig in Serien. Ob das alles Harmonie bewirkt. Was ganz witzig ist, weil ich ja persönlich eigentlich, ja, auf YouTube am meisten auf eine harmonische Community aus bin. Deswegen ist eigentlich das Stichwort Harmonie ziemlich gut sogar. Passt in meinem Team so. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Harmonie ist anscheinend ganz schön OP. Ja, wir machen einfach Freundschaften mit allen, Leute. Und bam, Mann. Richtig gut. Richtig gut. Komm, Retter. Du olle Schlange. Ja, nice. Ah, das hört ihr bei euch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Erstmal davon. Jojo's Secret Technik. Erstmal fliehen. Endlich sind wir diese Nervensägen los. Jetzt müssen wir nur noch Saftkorn finden. Entschuldigung. Wow. Das scheint ein echt harter Typ zu sein. Mensch. Hätte er sich doch selbst befreien können, oder? Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Saftkorn sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krankvorsorge. Hurra. Ich hatte Angst, also habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehört und gewartet. Danke. Naja, er hat sich schon vorbereitet. Erstmal seinen deutschen Panzer hier weiter gehärtet, oder? Er war schon vorbereitet auf Gengar. Der hat keine halben Sachen gemacht. Der hat sie bestenfalls halbiert, Leute. Tja. Richtiges, krasses Saftkorn hier. Ich sehe schon. Wobei, naja. Bei den heutigen Bundeswehrzuständen wäre es wahrscheinlich kein besonders krasses Fahrzeug für ihn gewesen, so. Boah, hast du ja einfach alles bekommen. Oh mein Gott. Ja, Hut, Hut. Klar, gerne. Noctur mache ich eigentlich unglaublich gern, sogar vom Design und so. Ist doch ganz schön. Irgendwie. Saftkorn, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich, so dich zu sehen. Ich mich auch, Robi. Noah, Chris, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Oh, das ist schon in Ordnung. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist doch, dass Saftkorn gesund und mutter zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid... Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal in der Retter-Team beitreten. Was für eine Begeisterung. Du bist sicherlich mal ein guter Retter. Mir kommt da eine Idee. Chris, was hältst du von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wow, wie cool eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. Haha, abgemacht. Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retter-Team bauen. Chris, Noah, nochmals vielen Dank. Keine Ursache, macht's gut und passt auf euch auf. Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will wir machen? Dafür haben wir Gänger gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Aber jetzt bin ich echt müde. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Schlaf gut. Jawohl. Das hat auch echt Spaß gemacht und es wurde sogar knapp vom Magen. Irgendwie witzig, dass wir in dem Szenario waren. Haha. Tja. Morgen, Chris. Geben wir auch heute wieder unser Bestes. Äh, hallo? Na nun, wer könnte das sein? Äh, seid ihr das Retter-Team Heart Hero? Ja, korrekt. Hä? Moment, bist du nicht. Bitte helft meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Verlau' Arbeit, wenn ich kapiert. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papunga vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tengulist hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tengulist... Er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Dramatische Musik. Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Doch obwohl dichte Wolken am Himmel hängen, geht nicht das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Blätterfächern kann Tengulist starke Wind entfachen. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Tengulist ist noch nicht zurückgekehrt. Dabei klingt der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als tausend Worte, Chris. Damit ist es beschlossene Sache. Wir werden sie suchen gehen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch. Du kannst auf uns zählen. Nehmen wir uns. Es ist in Angriff, Chris. Nehmen wir es in Angriff, Bam. Wir haben erst mal Papunga umgehauen. Wir nehmen ein was, was Geld bringt, Leute. Hast du YouTube-Money für uns, Papunga? Oh, das ist aber schade. Einfach Team Übel 2.0. Egal. War doch ganz spaßig. Aber wie gesagt, wir sollten mal darauf achten, dass wir vielleicht ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wäre vielleicht so eine Idee. Aber gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich denke nicht, dass wir sofort den Auftrag hier schon annehmen. Wahrscheinlich werden wir erstmal ein bisschen was wieder rekrutieren oder so. Vielleicht ein paar Areale noch freischalten. Kommt jetzt ganz drauf an, wie viel Geld haben wir aktuell. Warum wird einem das Geld... Ah doch, dauert nicht. Alles klar. Alles klar. Ich war nur blind. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.